Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute eine weitere Folge Tierlist, also wir ranken heute mal wieder was, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Die meisten von euch, die diesen Kanal schauen, wissen ja, ich bin Fußballfan, aber heute werden wir ein bisschen über die Sportart hinaus entscheiden, was komplex ist und was eher nicht so. Ich hab mir nämlich folgendes ausgedacht. Ich lag nämlich vor ein, zwei Nächten relativ lange noch wach. Ihr kennt das bestimmt, wenn man irgendwie abends im Bett liegt und sich dann noch irgendwie so eine dumme Frage stellt und dadurch die ganze Zeit drüber nachdenkt. Und ich hab mich einfach gefragt, was ist eigentlich so die schwierigste, komplexeste Sportart und was sind so die einfachsten Sportarten und bin dann zum Schluss gekommen, ey, ich kann das gar nicht so richtig beantworten. Deswegen dachte ich, es wäre doch eine coole Videoidee, wenn wir heute mal alle Major Sportarten ranken von einer Skala von easy bis komplex. Das ist natürlich eine wilde Mission. Ich hab auf jeden Fall versucht, so großflächig wie möglich die Sportarten auszuwählen. Wir werden jetzt hier nicht alle Nischensportarten mitnehmen, also wir können jetzt nicht jede einzelne Leichtathletikdisziplin durchgehen. Aber ich hab versucht, dass wir so alles so ein bisschen dabei haben, dass jeder, der hier zuschaut und einen Sport macht, sich auch repräsentiert fühlt und wir so ein bisschen darüber reden können, was einfach und was schwierig ist. Vorher aber natürlich nochmal ein kleiner Disclaimer. Das ist jetzt hier kein Hate gegen irgendeinen Sport. Egal welchen Sport ihr davon macht oder ihr davon cool findet, das dürft ihr natürlich und das ist auch voll fein. Es geht mir ja nur darum, so auch für mich einzuordnen, was ich glaube, was eher einfacher ist. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass der Sport schlechter oder besser ist, sondern einfach nur einfacher oder schwieriger. Wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen, dass zum Beispiel Billiard ein super einfacher Sport ist, ich liebe Billiard spielen. Das macht es nicht mehr kaputt, aber ich glaube, das werden doch trotzdem einige von euch persönlich nehmen. Ist aber kein Problem. Also Meinung gerne, wie immer unten in die Kommentare. Gerne auch ein Abo dalassen für mehr solche Videos. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, auch genug gequatscht. Ich will mich jetzt auch hier nicht zu sehr relativieren. Ich würde sagen, wir blenden jetzt den ganzen Bums mal aus und gehen dann Sportart für Sportart durch. Reden mal ein bisschen drüber, was wohin kommt. So, vielleicht noch was kurzes Generelles. Ich habe mir überlegt, es gibt eigentlich so zwei Komponenten, was für mich eine Sportart entweder komplex oder eher einfach macht. Und das ist einmal kognitive Fähigkeit und physische Fähigkeit. Also es gibt ja Sportarten, die erfordern, dass man was mit dem Körper viel macht. Es gibt Sportarten, die erfordern, dass man eher was mit dem Kopf viel macht. Und es gibt Sportarten, die in meinen Augen beides erfordern. Und für mich kann es zum Beispiel keine Sportart in komplex sein, wenn sie nicht beides erfordert. Ja, also es gibt natürlich einige Beispiele. Zum Beispiel Schach erfordert halt überhaupt nichts physisches und Sprinten erfordert überhaupt nichts Geistiges. Zumindest ist das so meine Laienmeinung. Deswegen sind das beides Sachen, die ich zum Beispiel nicht auf komplex machen würde. Generell ist es natürlich immer nur meine Meinung. Ich habe viele Sportarten ausprobiert, aber nicht alles davon gemacht. Deswegen ist es immer nur aus meiner Sicht. Vielleicht weiß ich auch alles nicht. Ich glaube, die Regeln kenne ich bei den meisten Sachen schon natürlich. Aber ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Und ich will jetzt hier einfach mal per Zufall eine Sportart aus, mit der wir anfangen. Und wir starten rein mit Billiards. Okay, ja gut, da habe ich ja gerade am Anfang schon drüber geredet. Ist für mich, natürlich erfordert es beides. Also Kopfarbeit und auch physische Arbeit. Aber es ist jetzt nicht so schwere physische Arbeit. Es ist eher so Präzisionsarbeit. Ich sehe das in derselben Kategorie so wie, weiß ich nicht, E-Sports, Darts, irgendwie sowas. An sich, die Regeln sind natürlich relativ easy verständlich. Es gibt jetzt nicht so krass viele verschiedene Taktiken. Zumindest soweit ich es weiß. Ich habe sehr viel Billiard gespielt. Klar, kann man dann irgendwie die Pockets stellen und so weiter und so fort. Aber ich würde trotzdem das eher, ich weiß nicht, ob ich es in ganz easy reinmachen wollen würde. Ich glaube, ich würde mit Simple gehen, weil dazu ja schon so eine gewisse Motorik zählt, die man braucht. Ja, generell, ich glaube, ich darf ja auch noch verändern, oder? Also ich kann ja auch später noch sagen, ey, das war irgendwie falsch eingeordnet. Deswegen packe ich es jetzt weiter runter. Wir starten mal rein mit Billiard bei Simple. Next up haben wir Rennradfahren. Ist auch eine sehr anstrengende Sportart. Hat natürlich eher was mit Ausdauer zu tun. Auch was mit dem Kopf. Die Frage ist natürlich, ich glaube, es gibt auch viele, die zum Beispiel sowas wie Billiard oder E-Sports halt nicht als Sport sehen. Deswegen habe ich in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall Rennradfahren über Billiard. Ich würde es jetzt einfach mal in den Durchschnitt packen, weil es gehört natürlich auch eine Taktik dazu. Du musst dir über ein ganzes Rennen, klar gibt es auch Sprints, aber du musst dir über ein ganzes Rennen ja schon überlegen, wann ich was machen will. Du hast auch teilweise Fahrer, die vor dir fahren, die dir Windschatten geben. Deswegen gibt es ja diese Teams, dass du meistens dann einen nach vorne bringst. Also es hat auch schon so ein bisschen einen taktischen Aspekt. Und deswegen sehe ich es, glaube ich, über Billiard auf jeden Fall. Ihr könnt ja auch mal gerne unten reinschreiben, was ihr persönlich für Sport macht und was ihr höher oder niedriger auf dieser Liste haben wollen würdet. Weil das interessiert mich wirklich sehr, weil meine Meinung ist natürlich nicht universell. Wir machen weiter und als nächstes gehen wir mit Schwimmen. Ja, Schwimmen hat so ein bisschen diesen Sprintcharakter, von dem ich gerade eben erzählt hatte. Also es ist im Prinzip, du trainierst auf eine Sache hin. Es ist sehr, sehr wenig Taktik dabei. Du versuchst einfach so schnell wie möglich über eine gewisse Distanz zu schwimmen. Klar, es ist nochmal ein Unterschied zwischen irgendwie Triathlon-Schwimmen, weil das ja wirklich dann kilometerweise ist. Ja, so Langstrecke oder halt Kurzstrecke. Aber für mich ist Schwimmen, das Ding ist, vielleicht habe ich mich mit Billiard auch so ein bisschen irgendwie rein manöviert. Aber so Schwimmen ist halt so eine sehr basic Task irgendwie, finde ich. Also du musst halt die Technik lernen und dann einfach so schnell wie möglich das über 100, 200 Meter oder so machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei dieser Art Sportarten irgendwie auch sehr, sehr viel natürlich Genetik ist. Also du bist halt als Michael Phelps geboren. Klar gehört da auch dann viel Training zu, aber ja, ich, ganz ehrlich, ich packe es jetzt erstmal in Easy. Ich weiß nicht, ob ich so zufrieden bin mit Billiard da oben, weil das sieht irgendwie nicht so richtig aus. Aber wir machen einfach erstmal weiter. Next Up, ich glaube, das wähle ich jetzt einfach mal aus, ist Sprint. Sprint ist für mich 1 zu 1 dasselbe wie Schwimmen. Bin ich ganz ehrlich, es ist einfach über eine kurze Strecke. Ich fasse jetzt unter Sprint mal diese ganzen Kurzstrecken zusammen. 100, 200, 400, 800 Meter. Vielleicht auch, ich weiß gar nicht, was danach kommt als olympische Disziplin. Ich glaube, es gibt aber auch noch irgendwie 2000. Und darüber gibt es wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viele verschiedene. Aber ist für mich, Sprint ist auf jeden Fall fast dasselbe wie Schwimmen in meinen Augen. Es ist einfach über eine kurze Distanz. Du übst halt, dass du das so schnell wie möglich hinbekommst. Und mehr ist dazu eigentlich nicht, zumindest soweit ich weiß. Auf der anderen Seite ist Billiard natürlich auch keine sportliche Anstrengung, ne? Ja, ich glaube, ich packe Billiard auch nach unten. Ich habe mich selber überzeugt. Weiter geht's. Next Up, wir haben als nächstes Skateboard. Okay, das ist was, was auf jeden Fall beides erfordert, in meinen Augen. Also sowohl kognitiv als auch physisch. Ich glaube, die einzelnen Tricks auszuführen, sich eine Line zu überlegen. Skateboard ist ja auch olympisch mittlerweile. Ist schon relativ kompliziert. Ich bin deswegen so ungefähr hier zwischen Schwer und Durchschnitt. Wenn ich jetzt mit Radfahren vergleiche, finde ich das schon schwerer. Generell haben wir bis jetzt ja auch alles Sportarten, die man nicht im Team macht. Weil ich finde so dieser Team-Aspekt, der tut auch noch eine Komplexität obendrauf addieren. Und Skateboard ist auch kein Team. Ich sehe Skateboard eigentlich so zwischen Schwer und Durchschnitt. Ich glaube, ich packe es einfach mal in Schwer, weil ich finde, es ist auf jeden Fall schwerer als Radfahren. Ist natürlich nicht so körperlich anstrengend, weil es kein Ausdauersport ist. Boah, ich merke gerade, diese Liste wird sehr, sehr wild. Egal, wir machen weiter, wir müssen durchkommen. Next up. Fechten. Fechten ist natürlich eine Kampfsportart. Erfordert auch ein gewisses Maß an Taktik. Ist auch, glaube ich, ziemlich anstrengend. Aber so aus dem Bauchgefühl würde ich das jetzt einfach mal in Durchschnitt packen. Einfach nur. Ich habe, das ist natürlich das Erste, was ich auch noch nie gemacht habe von diesen Sachen. Also Schwimmen, ich war früher im Schwimmverein relativ lange, habe da auch kleinere Wettkämpfe gemacht. Ich habe auch Leichtathletik mal gemacht. Billard, wie gesagt, Freizeit. Radfahren ebenfalls. Und Skateboarden habe ich als Kind ausprobiert. War nicht wirklich gut drin, aber Fechten habe ich noch nie gemacht. Deswegen ist es für mich am schwersten, glaube ich, einzuschätzen. Wir gehen aber erstmal in Durchschnitt. Und so, dann haben wir die erste Mannschaftssportart mit Eishockey. Und in meinen Augen, wenn ich jetzt mal so in mich reingehe, ist es für mich schon die komplexeste Mannschaftssportart. Weil du einfach auf extrem viel achten musst. Erstmal ist es ein Teamsport, habe ich ja gerade schon gesagt, dass du da irgendwie, dass es das viel komplexer macht. Du musst dabei auf Schlittschuhen unterwegs laufen. Es ist eine Ultra-High-Speed-Sportart. Du hast die ganze Zeit, musst du auf Kollisionen achten, gucken, wie du läufst. Ich finde das einfach extrem schwierig. Und deswegen, von denen, die wir jetzt haben, ich glaube, da werden auch die meisten meiner Meinung sein, ist es das Komplizierteste. Ich weiß nicht, ob es am Ende das Komplizierteste von allen Sportarten ist, die wir dabei haben. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr komplex. Dann haben wir Boxen. Ähnlich wie Fechten ist das natürlich ein physischer Sport. Ich glaube aber, dass beim Boxen diese mentale Komponente noch viel, viel, viel mehr wichtig ist als beim Fechten. Einfach, dass du fokussiert bleibst. Weil beim Fechten ist es ja nicht so, dass das wirklich deinen Körper krass beeinflusst. In dem Sinn, dass, wenn du getroffen wirst, deine Fähigkeit zu Fechten weiter runter geht. Das ist ja einfach nur, es tut ja, glaube ich, nicht weh. Du hast ja auch extra diesen Schutz und so weiter und so fort. Boxen ist sehr mental. Fast sogar mehr mental als körperlich, würde ich behaupten. Deswegen sehe ich es auf jeden Fall über Fechten. Ich sehe es auch über Radfahren, 100%. Es erfordert auf jeden Fall deutlich mehr mentale und auch physische Stärke. Ich sehe es auch auf jeden Fall über Skateboard. Ich weiß auch gar nicht, ob wir in den Kategorien auch nochmal ranken wollen. Vielleicht so teilweise. Aber ich würde Boxen mal auf die schwere Seite packen. Weiter geht es dann mit Darts. Persönlich, ich liebe Darts. Also ich will auf jeden Fall, wenn ich meine größere Wohnung ziehe, mir so ein kleines Zimmer machen, wo auch Streaming und YouTube-Raum so ist. Weil das ist halt hier im Wohnzimmer nicht so richtig möglich. Und da muss eine Dartscheibe hängen. Darts ist ein super geiler Sport. Ich schaue das auch sehr, sehr gerne, wenn die WM ist. Ich muss aber sagen, ich glaube, das ist relativ easy, den Sport relativ weit nach unten zu packen. Für mich ist es irgendwie ähnlich wie Billard. Du hast halt einfach eine gewisse Bewegung, die du immer wieder wiederholst. Ist klar, es klappt nicht immer alles so. Und was man beim Darts nicht unterschätzen darf, ist halt diese mentale Komponente. Also wenn du auf der Bühne bist, du weißt, ich muss jetzt irgendwie Triple 20, Doppel 20 treffen, um das Out zu kriegen. Das ist extrem. Und die besten Darts-Spieler sind auch einfach in dieser mentalen Komponente sehr gut. Trotzdem ist es als Sportart an sich, ich glaube, auch relativ einfach reinzukommen. Und irgendwas in mir, und das ist vielleicht auch ähnlich bei euch, sagt halt, wenn ich mich jetzt ein Jahr lang einschließe in einem Raum und nur Darts spielen kann, dann könnte ich auch auf Turnieren mitspielen. Ich würde nicht Weltmeister werden, ich würde mich auch nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren, aber in so einer lokalen oder deutschen Meisterschaft oder so, da würde man hinkommen, wenn man einfach nur die ganze Zeit diese Bewegungen trainiert und so weiter und so fort. Und das ist bei vielen anderen Sportarten nicht so. Ich glaube, ich könnte so viel boxen, wie ich wollen würde. Ich würde niemals richtig gut darin werden. Und deswegen finde ich Darts auf jeden Fall eher easy. Ich glaube, easy ist auch einfach nicht so ein geiles Wort. Ich will jetzt niemanden disrespekten, der diese Sportarten macht. Es ist trotzdem schwierig, darin gut zu sein. Keine Frage. Aber auf dieser Skala ist es halt in meinen Augen eher easy. Wir müssen hier mal ein bisschen schneller durchkommen, weil ich glaube, es sind insgesamt irgendwie 40 Sportarten oder so, die wir durchkriegen. Und wir haben gerade erst neun. Also, next one ist Turnen. Ja, Turnen ist auch etwas, was natürlich mentale Kapazität erfordert. Aber ich finde, auch da ist es was, was nur von dir selber abhängt und deiner eigenen Leistung und nicht mit irgendwelchen anderen zusammenhängt. Hier oben, die Sportarten, haben natürlich auch teilweise was mit Leistungen von anderen Leuten zu tun. Also zum Beispiel Eishockey oder Radfahren, klar. Ja, Turnen ist aber, finde ich, ein bisschen komplexer als Sprinten und Schwimmen, weil es einfach mehrere Disziplinen gibt. Ich glaube, natürlich gibt es Turner, die irgendwie, ich bin jetzt am Pferd oder am Reck oder am Barren oder was weiß ich, einfach Experte. Aber du musst ja, meine ich, schon verschiedene Sachen können. Und deswegen würde ich das mal in simpel packen. Nächster ab Turmspringen. Irgendwie ähnlich zu Turnen. Du hast halt verschiedene Höhen, verschiedene Sprünge, die du können musst. Vom Gefühl her ist es auch simpel eigentlich, glaube ich. Ja, ich pack's in, ich pack's in simpel. Dann haben wir als nächstes Eiskunstlaufen. Wir hatten ja Eishockey relativ weit oben, aber wegen diesem Mannschafts- und Taktik-Konzept und Eiskunstlaufen ist eher so, darunter zähle ich auch irgendwie, wie heißt denn das, wenn man hier dieses rhythmische Sportgymnastik, Synchronschwimmen, so diese Art Sportarten. Finde ich auf jeden Fall schon komplex, weil du dir auch eine Choreografie überlegen musst und die dann physisch auszuführen ist auch nicht so einfach. Trotzdem sehe ich das irgendwie eher in dieser Turnenkategorie, weil du halt so eine Performance auch machst. Ich glaube, wir packen es auch in simpel. Nächster ab haben wir Gewichte heben, also die ganzen Gym-Leute. Ist natürlich mental auch eine Komponente, darf man nicht vergessen, aber in a sense ist es ähnlich wie Darts. Natürlich ist es nicht so anstrengend. Darts ist viel weniger anstrengend als Gewichte heben, aber du trainierst daraufhin, möglichst viel Gewicht zu heben. Es ist natürlich neben dem Sport auch, dass du enthaltsam sein musst und so weiter und so fort. Auf Ernährung achten, keine Frage. Aber für mich ist das trotzdem etwas, wo ich sage, ey, das ist eine repetitive Sache, die man macht. Gewicht heben packen wir auch in easy. Wie gesagt, es geht um die Sportart an sich, nicht, dass man daran gut wird, so. Ich sehe schon die ganzen Kommentare vor mir, wo die ganzen Gewichtheber und Sprinter und Schwimmer mir in die Kommentare schreiben, was ich doch für ein loster Dude bin. Ist kein Problem, damit kann ich auf jeden Fall umgehen. Next up, wir haben als nächstes Golf. Muss ich sagen, finde ich persönlich, kein Disperspekt an die Golfer, eine der langweiligsten Sportarten anzuschauen. Ich habe es persönlich auch noch nie gespielt, muss ich dazu ehrlich sein. Ich habe die Zwischenschritte gespielt. Ich habe Minigolf gespielt und es gibt ja zwischen Mini und dem normalen Golf noch dieses, es ist so Kurzstrecken-Golf, also du musst da nicht irgendwie 200 Meter auf der Bahn, sondern die sind halt dann so 50 Meter lang oder so. Du hast auch schon einen richtigen Schläger und so. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, aber das anzuschauen, finde ich einfach nicht so spannend. Für mich auch eher in der Easy. Für mich ist es ja wie Billard so. Du musst halt einen Ball in ein Loch tun und du hast halt dafür verschiedene Techniken. Ja, ich glaube, wir packen es in Easy rein. Dann aber Bogenschießen und da zähle ich halt alles drunter, wo man ein Ziel treffen muss. Es gibt Sportschießen, es gibt Bogenschießen. Was gibt es denn noch? Theoretisch Biathlon, das haben wir auch noch drin. Da gibt es aber noch eine andere Komponente. Ja, ich glaube, ähnlich wie Billard, ne? Du musst einfach eine Sache machen, nämlich den Pfeil ins Ziel bringen. Und das ist also auch von der Bewegung, die man ausführt, glaube ich, eher auf der Easy-Variante. Nee, mir gefällt halt Easy nicht, ne? Also Easy impliziert halt auch so ein bisschen, dass ich das Easy könnte. Das will ich damit gar nicht sagen. Also ich habe schon mal Bogen geschossen. Das ist sehr, sehr schwierig, auch den einfach richtig zu halten und so weiter und so fort. Egal. Wir packen es in Easy. Als nächstes haben wir Skispringen und das ist was, was ich noch nicht gemacht habe. Das ist natürlich klar, aber dafür habe ich extrem Respekt, weil ich glaube, es ist sowohl körperlich sehr, sehr schwierig, aber auch vor allen Dingen mental. Also jeder, der sich mal vor so eine Schanze stellt, der weiß, was es, glaube ich, dazu braucht, um dort runter zu springen. Vor allen Dingen glaube ich, dass es da auch sehr auf Technik und vor allen Dingen den Körper ankommt. Dass du extrem gut trainiert bist, dass du den Wind ausgleichen kannst. Das ist natürlich alles nur Mutmaßung. Ich habe früher sehr, sehr gerne Skispringen geschaut im Fernsehen. Das fand ich sehr, sehr cool. Sven Hannawald auf der Vierschanzentournee und so weiter und so fort. Deswegen aus dem Gefühl her ist es schwer. Auf jeden Fall weiter als Skateboard. Würde ich es über Boxen packen, ist die Frage. Wir haben jetzt die hier unten, haben wir jetzt noch nicht sortiert. Ich glaube, aber hier oben macht es schon Sinn, die einzelnen Tears auch zu sortieren. Ich glaube, ich würde es erst mal unter Boxen packen. Aber vor Skateboard, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob ich so zufrieden bin mit Skateboard und schwer. Aber naja, wir machen weiter. Als nächstes haben wir Judo. Und Judo ist eine Kampfsportart, ähnlich natürlich wie Fechten. Obwohl man, glaube ich, Fechten wahrscheinlich nicht so unbedingt zu den Kampfsportarten zählt. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen. Judo, Karate, Ringen. Also diese ganzen Sachen sind hiermit gemeint. Auch da, natürlich musst du dich auf deinen Gegner einstellen. Es gibt Techniken, die brauchen wir nicht drüber reden. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich habe selber, wie lange habe ich? Ich habe Jiu-Jitsu gemacht. Das ist Judo, Aikido und Karate. Habe ich vier Jahre lang gemacht oder so. Hat extrem viel Spaß gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Ich würde es aus dem Bauch aber in Durchschnitt packen. Bin da bis zum Verdienen, die es interessiert. Ich hatte den grünen Gurt. Ich glaube, bei Jiu-Jitsu gibt es weiß, gelb, orange, grün, blau, braun, schwarz. Irgendwie sowas. Aber über den grünen bin ich nicht hinausgekommen. Und ich kann auch nicht mehr so viel von damals. So, wir brauchen mal wieder eine Teamsportart. Was haben wir denn noch auf der Liste? Komm, wir nehmen als nächstes Badminton. Das ist ja, je nachdem, gibt es Einzel- oder Doppel, ähnlich wie beim Tennis. Mache ich auch ab und zu noch. Macht ultra Bock. Sehr, sehr geil. Ich finde, da hat es irgendwie nicht so diesen Team-Aspekt, wie es beim Eishockey hat. Weil du ja auch maximal mit einem spielst. Also es gibt ja maximal Doppel. Es gibt ja nicht irgendwie Triple, wo man 3 gegen 3 spielt. Auch wenn das sehr, sehr wild wäre mit so einem breiteren Feld. Finde ich sehr cool. Hat aber für mich auch eher den Durchschnittscharakter. Ich glaube, wir können auch dann direkt... Ich würde gerne direkt dazu... Wo ist es denn hier auf der Liste? Da ist es. Tennis würde ich gerne da zunehmen. Ich glaube, die tun sich eigentlich relativ wenig. Auch wenn ich glaube, dass Tennis schon noch ein bisschen anstrengender ist als Badminton. Weil es über ein größeres Feld geht und auch über eine längere Dauer in meinen Augen. Also Badminton habe ich noch nie so viel im Fernsehen geschaut. Aber ich weiß halt, das längste Tennis-Match war gefühlt so 24 Stunden lang oder so. Tennis ist für mich eher so eine Art Ausdauersport. Und deswegen würde ich es, glaube ich, über Badminton machen. Aber schon in derselben Kategorie. Dann Segeln. Segeln ist auch ein wilder Sport. Ich glaube, das ist von denen auf der Liste... Werde ich wahrscheinlich niemals ausprobieren, weil es mich einfach nicht so interessiert. Ich glaube, es ist durchaus körperlich anstrengend. Und vor allen Dingen auch strategisch. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, du... Also es klingt jetzt irgendwie dumm, aber du fährst halt mit einem Boot schnell. Wieder... Ich werde wahrscheinlich viele Segler in den Kommentaren haben, die dann sagen... Jo, Moment mal, das ist der komplexeste Sport überhaupt. Aber aus meiner Leihensicht kann ich das eigentlich nicht übersimpel machen. Also wahrscheinlich ist es gar nicht simpel. Aber ich weiß, glaube ich, einfach nicht genug darüber. Deswegen packen wir es einfach mal in simpel. Generell. Ich glaube, was ich jetzt machen werde, ist... Ich werde die Sachen, die noch auf der Liste sind, einfach alle reinplacen. Und am Ende machen wir nochmal so ein kleines Walkthrough. Und gucken, okay, was war vielleicht zu hoch oder zu niedrig. Biathlon als nächstes auf der Liste. Hatten wir eben schon mal angesprochen. Ist natürlich eine Kombination. Es gibt ja viele Kombinationssportarten. Fünfkampf, Zehnkampf und so weiter und so fort. Triathlon ist ebenfalls sowas. Biathlon ist einfach Skifahren, Ausdauer und Schießen. Alles in einem. Deswegen, ich finde es schon ziemlich schwierig. Weil du musst ja in allen drei Sachen gut sein. Wenn du nur gut im Skifahren bist, dann fährst du Ski-Alpin. Wenn du nur gut im Schießen bist, dann machst du Bogenschießen. Wenn du nur gut in Ausdauer bist, dann läufst du halt 10.000 Meter oder noch mehr. Biathlon ist alles davon vereint. Und deswegen würde ich behaupten, dass das schon mindestens in schwer... Ganz ehrlich, Skateboard in schwer. Also ich packe das immer weiter runter, weil ich das irgendwie mit den ganzen Sachen vergleiche. Und ich da einfach merke so, ja okay, Skateboarden ist halt auch... Du machst halt einen Trick. Dann haben wir Feldhockey. Feldhockey ist ein sehr interessanter Sportart. Kriegt, glaube ich, in meinen Augen nicht genug Aufmerksamkeit. Weil es schon cool ist anzusehen und vor allen Dingen auch zu spielen. Aber wenn ich allein dieses Bild sehe, kriege ich Rückenschmerzen. Weil ich bin relativ groß. Und das ist einfach eine Sportart, die ich ungern selber machen würde. Weil ich da einfach mir die ganze Zeit andere Gedanken mache, wie man sich da irgendwie runterbeugt. Wir hatten auch früher... Wie hießen das nochmal? Weil Feldhockey hat ja den Holzschläger, der unten so gebogen ist. Und so eine Art, nicht Baseball, aber so ähnlich wie ein Baseball gefühlt. Und wir hatten früher... Ist das Ultimate-Hockey oder so, was wir in der Schule gespielt haben? Das war mit so einem Plastikschläger und so einem Plastikball mit Löchern drin. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich glaube, Hockey ist schon ganz cool. Ich sehe es aber nicht auf der Eishockey-Skala. Die Frage ist, ob es trotzdem noch komplex ist. Weil sonst haben wir halt gleich das Problem, es kommen ja noch Basketball, Fußball und so weiter und so fort. Dass wir das untereinander irgendwie ranken. Ich glaube, aus Reflex würde ich einfach mal das auch ins Schwer packen. Über Skateboard, schon auch über Biathlon, weil es auch wieder so ein Einzelding ist, ne? Komm, aus dem Bauch heraus machen wir Hockey, Nebenboxen und Skispringen. Und dann rutschen die hier alle eins weiter. Dann haben wir Klettern, ob es jetzt Indoor ist, Outdoor, Speedklettern. Ich glaube, Speedklettern ist ja auch mittlerweile sogar olympisch. Macht ultra Bock, in der Bowler-Halle unterwegs zu sein. Den mag ich lieber als so dieses an der Kletterwand mit Sicherung, weil ich irgendwie diese Sicherung nicht so fühle. Aber Klettern an sich ist ziemlich nice. Ist aber, finde ich, auch eher simpel gehalten. Klar, du hast dann irgendwie... Ja gut, es gibt schon verschiedene Techniken, ne? Wenn du dann irgendwie dich irgendwie mit den Füßen da reinwetscht oder so. Ich glaube, aus dem Bauch heraus trotzdem Durchschnitt. Surfen ist als nächstes dran. Der nächste Wassersport. Schon komplexer als Segeln. Irgendwie in meinem Kopf ist Surfen deutlich anstrengender als Segeln. Ich glaube, Surfen auch. Ich kann halt... Das Ding ist, ich kann halt eigentlich nicht Skateboard über Surfen machen. Kann ich eigentlich nicht. Also, ich breche meine eigene Regel. Ich mache Skateboard doch eins runter und packe Surfen daneben. Müssen auch, glaube ich, das mittlere Tier irgendwie mal um eine zweite Reihe erweitern, weil es kommt halt noch einiges. Wir gucken mal. Surfen auf jeden Fall im Durchschnitt. Dann haben wir Squash. Squash ist super cool. Macht auch mega Spaß. Habe ich tatsächlich das erste Mal gemacht vor einem halben Jahr oder so. Also, das ist noch gar nicht so lange her. Seitdem war ich ein paar Mal. Macht richtig Spaß. Kann ich jedem empfehlen. Ist aber für mich eigentlich ähnlich wie Badminton. Beim Squash gibt es, glaube ich, ja kein Doppel, oder? Soweit ich weiß. Also, ich meine, es ist immer einzeln, oder? Ich glaube, es gibt auch Doppel, oder? Also, wenn ich mich jetzt daran erinnere. Ich glaube, es gibt auch Doppel. Trotzdem, also ähnlich wie Badminton würde ich das einfach mal in die mittlere Riege packen. Dann haben wir als nächstes Football und das könnte jetzt eventuell ein bisschen kontrovers werden, aber ich sehe Football nicht auf der gleichen Stufe wie viele andere Mannschaftssportarten. Einfach weil es immer wieder unterbrochen ist und man immer wieder die Chance hat, dass man sich bespricht und vor allem, dass der Trainer dir genau sagt, was du machst. Im Prinzip ist Football, so wie ich das halt verstehe und ich habe jetzt nicht super viel Football geguckt, aber ich habe es auf jeden Fall erstens schon mal gespielt und zweitens auch ab und zu mal geschaut, die Super Bowls und so weiter und so fort, ist ja sehr drauf dependent auf das Playbook. Das heißt, jede Mannschaft hat halt dieses Playbook, wo die Plays drinstehen und in Essenz hast du deine Position und du lernst dann das Playbook auswendig, was du machen musst. Zum Beispiel dann irgendwie Nummer 141, sagt der Trainer über Voice.com 141, sagt, das ist das nächste Play, was wir machen, das callt er und meine Aufgabe für das Play ist es dann irgendwie eine Zickzackrude zu laufen, danach links auszuweichen und die Linie runter. So, das mache ich dann, also ich kriege im Prinzip gesagt, was ich machen muss und dann ist es halt natürlich körperlich sehr, sehr anstrengend, aber ich finde das nicht auf demselben Level wie irgendwie Hockey oder auch Eishockey. Ich würde es auf jeden Fall nicht simpel oder easy machen, nur wenn man gesagt bekommt, was man machen muss, das ist ja beim Fußball oder bei anderen Fußballern auch so, da sagt der Trainer auch, mach mal dies, mach mal das. Aber trotzdem, ich sehe es irgendwie so zwischen Schwer und Durchschnitt. Ja, ich werde jetzt hier wieder einige Footballer verärgern, aber ich glaube, ich packe es in den Durchschnitt. Wie gesagt, Durchschnitt haben wir auch nicht sortiert, also wir sortieren nur die Schwer und Komplex in dem Tier selber, Durchschnitt. Das sortieren wir, glaube ich, nicht unbedingt. So, ich habe mal kurz das Feld hier einmal erweitert, dass wir auch weiter die Sachen einsortieren können, weil es scheint ja, dass der Großteil bei Durchschnitt ist. Surprise, surprise. Weiter geht's, also im Takt und wir machen weiter mit Schach. Ja, viele finden das nicht als Sport. Ich habe trotzdem natürlich mich ein bisschen vorbereitet und es ist bei Sport aufgeführt, deswegen würde ich behaupten, wir ranken das ebenfalls. Aber für mich gibt es da sehr, sehr wenig, was dafür spricht, das nicht in Easy zu packen, weil es einfach komplett die physische Komponente nicht hat. Also es ist wirklich einfach nur wie Mathe, einfach. Also wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich jetzt irgendwie, dann muss ich auch Kopfrechnen hier einsortieren, das wäre auch bei Easy. Ich glaube natürlich, in Schach gut zu werden, wäre wahrscheinlich eher hier. Also wenn wir jetzt ranken würden, nach wie schwer es ist, in dem Sport in die Weltspitze zu kommen, dann ist Schach hier oben. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn ich da ranke, wie schwer der Sport an sich ist, dann finde ich, dass der schon hier unten hingehört, weil es eben einfach diese physische Komponente überhaupt nicht hat. Das wäre auch dann irgendwie ein bisschen ungerechtfertigt gegenüber, was weiß ich, Bogenschießen oder so, wo man ja schon irgendwie eine gewisse Kraft und Zielen und so weiter braucht. Und ja, das ist so meine Meinung zu Schach. Ich verstehe natürlich, wenn man das weiter nach oben rankt, aber ich glaube, wir machen auch direkt weiter mit den nächsten Kontroversen. Das ist E-Sports. E-Sports ist für mich ähnlich wie Schach. Es hat einfach kaum eine physische Komponente. Was es von Schach unterscheidet, in meinen Augen, ist, dass es zumindest eine gewisse Reaktionsfähigkeit erfordert. Also ob ich jetzt FIFA oder Counter-Strike oder League of Legends spiele, es hat schon eine Auswirkung auf den Körper. Du musst einfach sehr reaktionsschnell sein. Und ja, deswegen sehe ich es auf jeden Fall über Schach. Die Frage ist, ob ich es halt irgendwo drüber sehe, außer Schach. Ich habe selber sehr, sehr viel League of Legends lange gespielt, mehr oder weniger erfolgreich. Also über, ich glaube, Diamond 3 bin ich, glaube ich, nicht hinausgekommen. Das ist okay, aber auf jeden Fall nicht E-Sports-Team. Wie auch, wenn ich mal bei meiner Uni im E-Sports-Team dabei war, aber auch das nicht so wirklich erfolgreich. Ich weiß nicht. Also ich finde E-Sports generell, verstehe ich, warum Leute das super cool finden. Ich persönlich sehe es wie Schach, sage ich ganz ehrlich. Ich sehe es, glaube ich, über Schach, weil es eben diese Reaktionskomponente hat. Aber so richtig anfreunden, damit das höher zu packen, kann ich mich nicht. Tischtennis ähnlich wie Squash, Tennis und auch Badminton, weil es ein Schlägersport ist. Du hast natürlich eine große Komponente der anderen Sportarten nicht dabei. Und das ist halt die Bewegung. Also du machst es natürlich auf dem Tisch. Das heißt, du musst dich relativ wenig um den Tisch herum bewegen. Klar gibt es da auch irgendwo Techniken. Die Frage ist, ob das jetzt reicht, das unter die anderen Schlägersportarten zu packen. Ich finde schon. Also ich finde schon. Ich glaube, ich würde es eher in Simple packen. Einfach weil die Bewegung sehr minimal ist. Ja, ich glaube, das machen wir so. Dann haben wir Bowling. Bowling, ähnlich wie Billiard, finde ich, kann man eigentlich. Oder Darts auch. Es ist einfach eine Bewegung. Du musst im Prinzip immer dasselbe machen. Klar, bei Darts gibt es dann verschiedene Doppelaus. Aber im Prinzip versuchst du immer Triple 20 zu treffen. Und beim Bowling versuchst du im Prinzip immer einen Strike zu machen. Klar, wenn du es mal nicht schaffst, dann musst du irgendwie auch mal einen Spare hinzubekommen. Aber an sich, also ich glaube, wir machen es trotzdem so, dass wir hier unten, also wir sortieren nicht das ganze Tier. Aber ich finde, E-Sports und Schach schon da ans Ende gehören. Machen dann weiter mit Formel 1. Und ja, also wir sehen ja gerade, die ist sehr bottom und mid heavy, diese Liste hier. Aber top nicht so. Und für mich ist, glaube ich, Formel 1, ich weiß nicht, ob ich noch was finde, was ich drüber packen würde. Aber eigentlich der komplexeste Sport, den wir in dieser Liste haben. Weil es ist einfach, und ich glaube, wenn man sich nicht so krass viel damit beschäftigt, denkt man, dass es nicht so körperlich anstrengend ist. Aber es ist geisteskrank körperlich anstrengend. Du musst dir irgendwie die ganzen G-Kräfte, die da auf dich wirken, irgendwie aushalten. Ihr seht alle, die ganzen Fahrer haben so einen Nacken dabei. Vor allem brauchst du riesen Reaktionsschnelligkeit. Aber es ist auch eine mega mentale Komponente. Wie nah kann ich an den Gegner rangehen? Wann muss ich bremsen? Und wann noch andere Sachen machen? Ich fasse hier auch mal die gesamten Rennsportarten drunter. Es gibt ja auch noch Motocross. Es gibt ja auch noch alles andere. Nesca-Rennen und so weiter und so fort. Rallye. Deswegen, ich finde eigentlich, dass das an Komplexität nicht wirklich zu überbieten ist. Es hat nicht die Teamsport-Komponente. Das stimmt. Aber top tier ist es allemal. Ich muss dazu sagen, ich bin gar kein Formel 1-Fan. Also ich mag den Sport an sich nicht. Ich gucke es mir nicht gerne an, weil ich es einfach sehr, sehr langweilig finde. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber ich finde, wenn ich in mich gehe und überlege, wie komplex das Ganze ist, ist es schon ziemlich komplex. Deswegen würde ich es auch über Eishockey, glaube ich, machen. Kann aber sein, dass noch was kommt, was ich da drüber sehe. Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall als nächstes weiter mit Kanufahren. Natürlich haben wir hier eine nette Dame, die freizeitmäßig Kanu fährt, weil ich kein richtig geiles Bild gefunden habe. Aber es gibt ja, soweit ich weiß, Sprint-Kanu und Slalom-Kanu. Das sind so die zwei olympischen Disziplinen. Würde ich jetzt aus dem Bauch heraus, glaube ich, auch eher erstmal in Durchschnitt packen. Klar ist es auch irgendwo Rennen, du brauchst irgendwie Reaktionsfähigkeit. Aber das Problem, was ich auch noch habe, warum Formel 1 so weit oben ist, vielleicht noch als Extraargument, ist, weil du ja auch irgendwo ein minimaler Fehler riskiert dir ja auch dein gesamtes Leben. Wenn ich bei Squash einen Fehler mache oder beim Skateboarden oder auch beim Kanufahren jetzt, dann fahre ich halt um oder so. Aber bei Formel 1 kannst du halt legit sterben. Das ist auch ein Teil davon, warum ich das nicht geil finde. Rennsport und generell ist deswegen finde ich das nicht so cool. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen sensationsmäßig, weswegen viele Leute das gerne fühlen. Ich packe Kanu in die Mitte. Bobfahren. Ja, also wenn wir über das, wie schwer wiegt ein Fehler reden, dann ist das auf jeden Fall relativ weit oben. An sich aber auch relativ so von der Sportart an sich nicht so krass komplex. Weil im Prinzip setzt du dich in den Bob und versuchst so schnell wie möglich da runter zu fahren. Es muss natürlich auch irgendwelche Arten von Techniken da geben, weil sonst wäre es ja kein Sport. Sonst wäre es ja einfach nur so ein bisschen, wer baut halt den geilsten Bob. Das ist auch noch ein Ding bei Formel 1, ne? Da gibt es ja auch viele Leute, die dann sagen, ey, die Fahrer machen gar nicht so viel. Es ist eher so eine Konstrukteursgeschichte. Verstehe ich auch. Bob für mich Durchschnitt oder schwer? Boah, Fahrradfahren und Bob, ne? Also Bob ist viel schwieriger doch als Fahrradfahren, oder? Komm, Bob in die Mitte. Bob in die Mitte. So, dann wird es einfach in kurz ein Real Talk. Wir haben hier Pferde, sehen wir hier auf dem Bild. Also Springreiten, Dressurreiten, was weiß ich. Das steht für mich stellvertretend für alle Sportarten mit Tieren. Ob es jetzt irgendwie Agility-Wettkämpfe sind, ob es jetzt, weiß ich nicht, hier, wie heißt denn das, Pferderennen sind. Alles Müll. Ja, ich weiß, ich mache mir keine Freunde. Alles Müll. Last Tiere komplett aus dem Sport raus. Kein Tier. Und jetzt brauchen wir nicht irgendwelche Lisas und Bjorns, die ihr ganzes Leben lang geritten sind, kommen und sagen, aber die Pferde, die wollen geritten werden. Nein, die Pferde wollen auf der Weide chillen, die wollen Gras essen und ihr Leben leben. Kein Pferd hat Bock, über irgendwelche Sachen zu springen. Kein Pferd hat Bock, gegen andere Pferderennen zu fahren. Fühle ich überhaupt nicht. Auch diese Hunde-Agility-Sachen, gar nicht meins. Ist für mich faktisch, ist nicht mal wert, hier gerankt zu werden. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich weiß, das ist eine sehr radikale Meinung. Da werden viele von euch nicht einhergehen mit. Aber es ist, was ich darüber denke. Deswegen ranken wir das Ganze gar nicht. Ich wollte das nur kurz mit reinnehmen für diesen Mini-Real Talk. Und wir machen weiter mit Ski-Alpin. Hat so ein bisschen auch diesen Rennsportcharakter natürlich. Ist auch sehr gefährlich. Aber wir ranken ja auch eigentlich nicht die gefährlichsten Sportarten. Weil dann wäre natürlich hier oben Skispringen wahrscheinlich noch. Ski-Alpin. Es ist halt, wer was schneller kann. Ich meine, du fährst auch allein. Du fährst halt nicht mit dem Radfahren gegen andere auf der Strecke. Sondern es ist eher so eine Sprintdisziplin. Bei vielen in dieser Mitte bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen, ich glaube, ich packe auch Ski-Alpin in die Mitte. Wir machen ja am Ende nochmal so eine kurze Bewertung. Wir sind auch... So viele haben wir auch nicht mehr. Volleyball als nächstes. Supercooler Sport. Ich war mal als Kind im... War es Basketball oder Volleyball? Irgendwo war ich mal im Training. Da war ich sehr, sehr jung. Und ich habe mich da irgendwie überhaupt nicht wohl gefühlt. Und dann bin ich so zu meiner Mutter gegangen. Und habe so angefangen zu weinen. Und habe gesagt, Mama, ich will unbedingt nach Hause. Und dann sind wir vom Training wieder weggefahren. Da war ich noch sehr, sehr klein. Aber Volleyball sehr, sehr cool. Spiele ich privat ultra gerne. Ist eine Mannschaftssportart. Ich sehe es irgendwie aus dem Bauchgefühl schon weniger komplex als Hockey. Ich weiß nicht, warum. Das ist einfach so mein Feeling. Vielleicht tue ich auch diese Mannschaftssportgedanken irgendwie ein bisschen zu hoch raten. Aber aus dem Gefühl packe ich es da hin. Baseball haben wir als nächstes. Von den Ballsportarten sage ich das jetzt. Ja, schon der langweiligste Sport in meinen Augen. Es ist einfach wieder sehr, sehr statisch. Ähnlich wie Football. Es gibt viele Pausen zwischendurch. Ich finde es nicht so schön anzusehen. Es ist natürlich einer der beliebtesten Sportarten der Welt. Vor allem auch in Amerika, aber für mich oder in den USA. Ich weiß gar nicht, ob es in ganz Amerika beliebt ist. In Kanada und so weiter auch. Keine Ahnung. Klar, es gibt verschiedene Positionen, wie Pitcher zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber ich finde an sich, du guckst halt, dass du gut bist, den Ball mit dem Schläger zu treffen. Und dann läufst du halt für die Punkte. Und wenn du einen Homerun hast, dann passiert sowieso nichts. Weil dann kann dich eh keiner auffallen. Du kannst einfach durchrennen. Also ich bin irgendwie hier. Ich glaube, ich bin tatsächlich hier. Übrigens, Cricket ist ja auch sehr, sehr beliebt. Das ist ja auch in Essenz no disrespect gegen Cricket. Aber es ist ähnlich wie Baseball. Deswegen habe ich es einfach mal damit runtergefasst. Wenn wir jetzt alle Untersportarten noch mitnehmen, dann sind wir hier noch ewig und drei Tage lang dran. So, dann haben wir Fußball. Das ist natürlich auch mein Sport. Habe ich selber natürlich gespielt. Sowohl Kreisliga als auch früher beim Bini. Habe dazwischen natürlich eine Pause gemacht. Ich liebe Fußball anzuschauen. Es ist eine der attraktivsten Sportarten anzuschauen. Ob wir es lieber. Weil sonst würde ich nicht mein ganzes Tun und meinen Job darum involvieren. Ich finde es auch relativ komplex. Du spielst mit zehn anderen Leuten. Es gibt ganz viele verschiedene Positionen. Es gibt taktisch, weiß ich nicht. Das Problem ist, ich habe ja auch am meisten Ahnung über Fußball. Das heißt, da bin ich am tiefsten einfach drin. Ich finde es aber nicht die komplexeste Sportart von denen, die wir hier haben. Also ich würde behaupten, Eishockey ist deutlich darüber. Zumindest so von meinem Feeling. Ich sehe es irgendwo zwischen schwer und komplex. Ich glaube, ich würde es ans Ende von komplex machen. Natürlich ist es auch so ein bisschen biased, weil ich das durch die Fußball-Fanbrille sehe. Aber ich finde schon, wenn man objektiv auf Fußball schaut, es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Rollen, verschiedene Sachen. Es hat halt sowohl die geistige Komplexität, als dass du das Spiel irgendwie die ganze Zeit lesen musst. Du musst die ganze Zeit schauen, was geht um dich rum ab. Ähnlich auch wie beim Eishockey. Okay, das musst du beim Volleyball, finde ich zum Beispiel, nicht so krass. Du musst jetzt nicht schauen, was machen meine Mitspieler gerade so extrem. Klar, du musst gucken irgendwie, okay, was hat der Libero jetzt gemacht? Wo steht der gerade? Wie kann ich jetzt die Außenangreifer irgendwie in Szene setzen? Das verstehe ich alles so. Aber ich finde trotzdem, dass Fußball komplexer ist. Und deswegen packe ich es in komplex, aber ans Ende. Ich habe mir tatsächlich viele Mannschaftsportarten bis zum Ende aufgehoben. Das war aber eigentlich gar nicht intentional. Ich bin einfach nur so die Liste random durchgegangen. Wir haben als nächstes Handball. Handball, auch komplex, super geil zu schauen. Ich verstehe jeden, der keinen Bock auf Fußball hat, weil sehr, sehr lange auch nichts passiert. Also es kann natürlich sein, dass du Spiele hast, wo du 90 Minuten lang zuschaust. Und wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, in einem Mourinho-Mannschaft spielt, dann passiert halt nichts und es geht am Ende 1-0 aus. Das ist beim Basketball nicht so, beim Volleyball nicht so, beim Handball ebenfalls nicht so. Und deswegen ist Handball vielleicht auch so eine coolere Sportart anzuschauen. Das verstehe ich jeden, der diesen Take macht. Ich finde es auch komplex. Auch da hast du verschiedene Positionen. Du hast natürlich weniger Teammates. Ich glaube Handball sind, wie viel sind es? Sieben, also sechs Feldspieler und ein Torwart. Ich sehe es auf jeden Fall hier oben. Wenn ich mir so die Durchschnitts angucke, dann sehe ich das eigentlich komplexer als alle das. Ich sehe es tatsächlich aber auch über Volleyball, weil wir ja gesagt haben, wir wollen hier die obersten Tears auch ein bisschen sortieren. Wir sortieren Volleyball mal dort ein. Dann haben wir noch Wasserball als nächstes. Ja, das ist ein Sport, da kann ich sehr wenig darüber sagen. Deswegen ist es für mich schwierig, das zu erörtern. Aber ich finde, dass es ja ähnlich wie Eishockey ist, dass du einfach eine Ballsportart machst, die ja in Essenz relativ ähnlich sind. Fußball will den Ball ins Tor tragen. Football will den Ball in die Endzone tragen. Also ihr versteht, was ich meine. Handball auch ins Tor und Wasserball auch ins Tor. Aber es ist ja in einem Raum, also in einer Umgebung, die sehr viel schwieriger ist, als einfach irgendwie rasen und ich laufe. Sondern es ist halt Wasser, also im Wasser. Deswegen ist es für mich automatisch irgendwo hier. Ich kenne, wie gesagt, die Regeln nicht richtig. Ich würde es hier hinpacken. Ich glaube, ich würde es da oben hinpacken. So aus dem Gefühl einfach. Das ist einfach nur ein Gefühlstipp. So, und wenn ich richtig gesehen habe, dann haben wir jetzt noch drei Sportarten, die wir einsetzen. Dann ist die Liste auch schon komplett. Bin da eigentlich zufrieden bis hierhin, glaube ich. Zumindest ein bisschen. Wir haben als nächstes Basketball. Basketball finde ich eins zu eins wie Handball. Du willst den Ball ins Tor oder in den Korb tragen. Du hast ein Team aus fünf beziehungsweise sechs Leuten, wenn man die, wenn man jetzt bei Handball den Torwart mitzählt, sind es halt sieben. Aber ich glaube, das muss eigentlich, ups, das war nicht der Plan. Es muss eigentlich nebeneinander. Weil die sind natürlich schon sehr, sehr ähnlich. Ich finde Basketball auch einen sehr cool anzuschauenden Sport. Deswegen packen wir das, glaube ich, in schwer. Einfach aufgrund der schieren Anzahl der Mitspieler sehe ich es aber nicht auf derselben Ebene wie Fußball. Ich weiß nicht, ob das irgendwie als Kriterium so viel Sinn macht. Keine Ahnung. Wir haben noch Rugby. Auch ein sehr, sehr cooler Sport. Ich muss sagen, wäre, ist auf jeden Fall ein Sport, in dem ich gerne mehr, reinkommen wollen würde. Weil ich glaube, es ist auch zum Anschauen sehr, sehr schön. Soweit ich weiß, ist Rugby ja auch vom Fußball, also es gab halt früher eine Sportart und daraus sind dann Fußball und Rugby entstanden. Das sieht man ja auch so ein bisschen am Spiel. Ich glaube, du darfst den Ball ja nur nach hinten passen. Ansonsten darfst du laufen mit dem Ball. Du kannst aber auch im Gegensatz zum Football aus dem Open Play raus einen Field Goal erzielen. Ansonsten musst du trotzdem in die Endzone kommen. Ist vor allen Dingen auch ein extrem körperbetonter Sport. Das ist auch vielleicht was, was ich noch zum Fußball sagen muss. Ich finde, Fußball ist überhaupt nicht körperbetont im Vergleich zu vielen anderen Sachen hier auf der Liste. Handball viel körperbetonter, Basketball körperbetonter, Rugby, Football sowieso. Auch wenn sich die Fußballer a la Neymar und so weiter und so fort immer wieder hinschmeißen. Ich finde, diese körperliche Komponente kommt eher über die Ausdauer und über die Technik als über den Zweikampf. Ich glaube, ich packe Rugby auch relativ nach oben. Ich weiß natürlich nicht so super viel über den Sport, aber ich sehe Rugby schon hier, glaube ich. Und als letztes haben wir dann Lacrosse. Das ist ja auch in Essenz ähnlich dem Rugby. Soweit ich weiß, muss man ja den Ball in ein Tor befördern. Macht das Ganze aber nur mit diesem Stick. Ich weiß nicht, wie der Name dazu ist. Du darfst den Ball, glaube ich, nur damit transportieren. Ich glaube, es ist auch ein relativ körperbetonter Sport. So aus Reflex würde ich jetzt einfach mal hier hinpacken. Und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mit der Tierliste soweit durch. Ich würde jetzt aber gerne nochmal die einzelnen Tiers so ein bisschen durchgehen und überlegen, ob ich was zu hoch oder zu niedrig hatte. Weil wahrscheinlich habe ich auch nicht alles richtig gemacht. Wir starten mal vielleicht. Starten wir oben oder unten? Wir starten mal unten. Also Schach, E-Sports, Bowling, Bogenschießen, Golf, Gewicht heben, Darts, Schwimmen. Also ich bin schon fein damit, glaube ich. Ich glaube, die gehören alle ins unterste Tier. Was wie gesagt nicht heißt, dass es schlechte Sportarten sind. Dass es Sportarten sind, in denen es super einfach ist, richtig gut zu sein. Das ist es nicht. Aber so von der Idee des Sports ist es einfach nicht so komplex, wie viele Sachen, die drüber sind. Darüber haben wir Turnen. Das ist ja ähnlich dem Eiskunstlaufen und dem Wasserspringen, Segeln, Tischtennis, Baseball. Damit bin ich eigentlich auch zufrieden. Also die untersten Tiers sind eigentlich ganz gut. So, das mittlere Tier. Da tue ich mich, glaube ich, am meisten schwer. Weil ich verstehe natürlich auch jemanden, der sagt irgendwie, Boxen im Vergleich zu Fechten. Ja, ne, ich weiß es nicht. Bei mir Radfahren hat zwar die taktische Komponente, aber die ist jetzt auch nicht so groß. Und in Essenz ist Radfahren auch einfach Sprinten auf Rädern. Oder Langlauf auf Rädern. Deswegen ist das, glaube ich, der erste Call, dass ich Radfahren zumindest eins runter mache. Ich glaube, das machen wir. So, und die obersten beiden wollten wir auch nach Tiers ranken, dass wir am Ende vielleicht so eine Top 10 an komplexesten Sportarten haben. Dann muss ich aber noch drei rausnehmen, weil das sind gerade drei Zehen. Ich glaube, ich kann Boxen auf jeden Fall eher ans Ende machen. Weil ich habe, glaube ich, gesagt, warum ich es schwer finde. Aber du machst es in Essenz auch alleine. Das ist vielleicht auch so der entscheidende Faktor, weil dann hätten wir nämlich unsere Top 10. Das kann man natürlich durchaus anders sehen. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ey, Mannschaftssportarten sind einfacher, weil andere auch deine Arbeit übernehmen können. Und beim Einzelsport musst du alles alleine machen. Das macht auch Sinn. Das verstehe ich auch. Aber ich glaube, ich würde das irgendwie so ranken. Zumindest das mittlere Tier. Dann haben wir nämlich hier hinten, ups. Dann haben wir hier hinten die drei Sachen, die man hier noch alleine macht. Gut, ich meine, das Einzige, was man hier wirklich alleine macht, ist auch noch Formel 1 natürlich. Basketball, Handball, Volleyball, Hockey. Was ist davon am komplexesten? Ich weiß halt über Basketball von denen mit Abstand am meisten. Wir machen Basketball auf die sieben. Dann haben wir Hockey, Handball, Volleyball. Boxen, Skispringen, Biathlon. Das ist das Tier schwer. Ich finde persönlich Formel 1 auf die 1. Passt auch mit dem Namen. Eishockey 2. Vielleicht dann doch Rugby auf die 3. Weil Rugby halt dieses Extremkörperliche halt ebenfalls noch hat. Rugby auf die 3. Aber Fußball hat halt so viele Mitspieler und Gegenspieler. Ich weiß nicht, wie viele Leute spielen da mit dem Rugby? Das weiß ich gar nicht. Rugby 15 Spieler pro Mannschaft. Okay. Rugby auf die 3. Fußball auf die 4. Lacrosse auf die 5. Und Wasserball, einfach weil ich auch zu wenig darüber weiß, auf die 6. Ich glaube, wir lassen diese Liste jetzt mal so stehen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Meine Top 10 wären dementsprechend von vorne nach hinten. Formel 1, Eishockey, Rugby, Fußball, Lacrosse, Wasserball, Basketball, Feldhockey, Handball und Volleyball. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich werde mir hoffentlich auch alle Kommentare durchlesen und auch auf alle Antworten. Also schreibt mir gerne, was in die Kommentare, was ihr spielt, was ihr glaubt, hätte weiter nach oben gemusst, was euer komplexster Sport ist und warum. Finde ich sehr, sehr interessant. Vielen Dank fürs Einschalten. Es war, glaube ich, ein sehr langes Video. Ich habe viel gelabert. Also in der Essenz habt ihr mir einfach jetzt schon dazugehört, wie ich über Sportarten geredet habe. Aber ich hatte Bock drauf. Ich wollte einfach mal das so ein bisschen ranken. Hab mir auch vorher, wie ihr, glaube ich, auch gemerkt habt, nicht irgendwie hier Notizen gemacht, sondern einfach das jetzt aus dem Bauch heraus entschieden. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr anders seht. Lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch. Würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Und rein. Ciao, ciao.